Also Leute, wir sind diesmal beim Insta-Meet 2021. Obwohl letztes Jahr kein Video kam, kommt dieses Jahr eventuell, falls ihr es jetzt seht, ein Vlog. Und ich würde einfach sagen, wir beginnen das Ganze jetzt hier einfach. Die ersten Mischungen wurden gekickt, die ersten Shots wurden gekickt. Und jetzt legen wir nochmal richtig los. Dankeschön. Heute geht einiges. Wenn es so weitergeht, geht es nicht mehr viel. Hier, komm, mach mal einen Witz. Willst du erstmal Schnaps trinken, ist klar? Ja, das kann ich nicht. Geile Tüten, ey, wirklich. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Alter, wenn du einiges hast. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Alter. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Ich bin böse. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Ja, Timstag haben, ich sag dir, wie es ist. Der zweite Teil muss erst kommen, von 20, 20. Das wird rausgeschnitten. Das wird rausgeschnitten. Das wird rausgeschnitten. Kuss, ja. Kuss, nur. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Ja. Heute geht einiges. Aber ich glaube, heute geht einiges. Heute geht einiges. Was geht heute? Alles. Einiges. Einiges. Heute geht einiges. Heute geht einiges. Ja. Heute geht einiges. Es ist eine wunderschöne Veranstaltung. Ich werde wiederkommen. Heute geht einiges. Kuss, 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 kuss. Kuss, kuss, kuss. Tornado? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Heute geht einiges. Heute geht wirklich einiges. Also, wenn ich mir die Teilnehmer dieser Veranstaltung angucke, dann geht hier wirklich einiges. Also. Heute geht einiges, das Vieh, es muss geschlachtet werden, es ist tot, heute geht einiges, heute geht einiges. Eine 10, Rolle tief, auf der Street, hätt ich nie gedacht, Benzin, frisst der Jeep, dicker, ausm Schiebedach, Spielplatz voll Assis, ganzer Spielplatz voll Assis, du willst deutsche Rapper battlen, aber fix niemals mit 8i, Digga, keiner von euch kommt an dieses Level ran, 6er Gang, bester Mann, sie will den kompletten Schwanz, kann sie haben, kann sie kriegen, kurz am Blasen, bis sie schielen, eine Nase von dem Spiegel, alle Fotzen sind am Fliegen, noch eine, noch ne kleine, ja, ist kein Problem, Baby, setz dich mal zu Papa, ich will reden, heute geht einiges. So, ich lebe hier, und Rekro zelebrieren, nachts unterwegs, lass paar Polizisten schikanieren, Goldkette, Souvenir, ja, sie steht auf Bratwürste, yeah, ich putz die Rolli mit ner Zahnbürste, fahre noch mit Bahn, weil der Lappen lange weg, aber easy, 2020 bin ich wieder back, und dann. Roll ich über deutschen Rapp wie Panzer, das ist Wild Wild, wo es Kugeln fliegen wie Bonanza, Digga, keiner rappt, alle machen lieber tanzbar, das ist 1A Flex aus dem Handschiff auch. So, wie geht's Kugeln?